Hallo Freunde der virtuellen Realität! Schön, dass ihr eingeschaut habt zum heutigen Gameplay. Heute spielen wir ein bisschen was ruhigeres und zwar das Game Puzzling Places auf der Pico 4. Und ja, wie das Game schon heißt, wir können hier Ortschaften und Gebäude zusammenbauen, zusammen puzzeln und ja, richtig cooles Game. Das Ganze funktioniert über Fotogrammetrie. Da sind die Gebäude halt eingescannt worden. Das Team ist Realities.io und auf dem Pico Talk Berlin habe ich einen Teil von diesem Team kennengelernt und das sind echt super nette Leute. Grüße gehen raus. Und ja, jetzt musste ich das Game unbedingt mir nochmal anschauen und euch natürlich auch zeigen. Und bevor ihr jetzt in den Store lauft und das Game kauft, es gibt hier ein Gewinnspiel. Ich habe ein Pico 4 Key zu verlosen, das ich von dem Entwicklerteam bekommen habe. Und ja, um weiteres dazu zu erfahren, warten wir bis zum Ende des Videos und dann werde ich da ein bisschen was zu sagen, was ihr dafür machen müsst. Ja, wir haben hier ein Standard-Deck von Gebäuden, die wir hier dazu puzzeln können oder zusammen puzzeln können. Und wir haben hier auch einen DLC-Shop, wo es insgesamt jetzt schon 15 Pakete gibt, also 15 DLC-Pakete, die wir uns holen können. Und ja, die haben verschiedene Themenbereiche, sage ich einfach mal. Und ja, da kann man sich dann was raussuchen, das hier über den Button kaufen und ja, dann Spaß haben, Spaß beim Puzzeln. Aber hier sind auch schon einige Sachen dabei. Ich habe eben mal ganz kurz dieses Restaurant zusammengebaut, dieses japanische. Und jetzt würde ich gerne mal, ich weiß nicht, schauen wir mal hier dieses Spukhaus. Das ist immer ganz gut, Spukhaus, ne? Ist nie verkehrt. Und wir haben hier auch dann die Anzahl der Teile, können wir dann auswählen, wie viele Teile wir hier zusammenbauen möchten. Und ja, desto schwerer wird es natürlich dann auch. Ich bleibe erst mal bei 25 Teilen, um euch das auch ein bisschen vernünftig zeigen zu können. Wir haben hier auch nette Musik dabei. Und ja, das Gute ist, wir haben hier, das kann man aber auch ausblenden in den Optionen, wir haben hier Bilder von diesem Spukhaus, die wir uns anschauen können. Die greifen uns einfach mit einem Trigger. Und dann kann man sich das auch von verschiedenen Blickwinkeln mal anschauen. Wenn man das nicht mehr sehen will, einfach mit dem Thumbstick einmal runter, also packen, runter und dann geht es wieder nach unten. So kann man natürlich auch aufräumen. Also ich würde jetzt einfach mal anfangen. Also diese Gräber, die stehen ja hier vorne an der Ecke. Das packen wir uns dann mal so. Hier haben wir noch ein Grab. Also so können wir die dann versuchen zusammenzubauen. Ne, das ist nicht das Grab. Das ist der Zaun. Und der Zaun, der steht irgendwo hier, würde ich mal fast behaupten. Schauen wir mal an, ob wir noch andere Anhaltspunkte haben. Das packen wir uns mal hier. Der Baum. Der Baum ist doch auch ein ganz guter Anhaltspunkt, oder? Kommt der hier hin? Eigentlich schon, ne? Aber der ist noch nicht vollständig. Der ist bestimmt noch nicht vollständig. Schauen wir mal hier. Hier haben wir auch noch. Könnte die Veranda sein. Das Teil, würde ich jetzt mal fast sagen. Also wie wir sehen, ist es gar nicht so einfach. Ich hole mir jetzt mal ein paar Sachen vom Boden und dann schauen wir uns mal an, ob wir irgendwas zusammenkriegen. Natürlich ist das jetzt wirklich auch 360 Grad. Das heißt, ich muss mir schon so ein bisschen Gedanken machen und mal auch um die Ecke schauen. Also wer will, kann das Ganze bequem ohne Hilfe machen. Und ohne diese Fotos würde ich aber als Anfänger jetzt erstmal nicht zu raten. So, was haben wir denn hier? Eine rote Tür. Eine rote Eingangstür. Die rote Eingangstür. Ne, rote Fenster. Das ist von dem Schuppen. Und der Schuppen ist wahrscheinlich hier an der Ecke, oder? Boah, das ist anspruchsvoller als das japanische Restaurant, muss ich sagen. Die Dachteile könnte ich auch mal hier platzieren. Ich glaube, ich habe eben mal so gesehen, man kann hier so ein Teil hinsetzen. Und dann kann man so Gruppierungen, glaube ich, machen. Und die dann auch zusammen dann direkt wegpacken. Also man kann sich so ein bisschen was aufbauen. Also ich packe jetzt einfach mal die Dachteile hin. Vielleicht sehe ich dann irgendwann relativ schnell, okay, das muss da hin, das muss da hin. Ich finde das Schwierige ist immer einfach, erstmal einen Anfang zu kriegen. Schaut mal hier. Hier ist doch der Baum. So. Guck mal, hier ist sogar sogar ein kleiner kleines Gefängnis und ein Toter drin. Guck mal, da haben wir auch noch mal so ein Teil, was wir uns gleich mal anschauen können. Das gehört eigentlich hierzu, ne? Ne, hierzu. Ah, guck, schau mal an. Wer will, kann sich hier auch den Himmel ändern, wie er möchte. Dann kann man hier alles, die Umgebung sich ein bisschen anpassen. Ich lasse es erstmal so, das ist eigentlich ganz cool. Ich weiß gar nicht, wie man den Punkt jetzt wegpackt. Alles egal, vielleicht. So, genau, mit dem Soundstick wieder. So, aber wo ist jetzt das Teil im Baum? Warum passt der Baum nicht ganz? Ne, da fehlt mir, da fehlt mir, glaube ich, was. Jetzt machen wir uns die ganzen Teile mal ein bisschen um. So, das könnte da hinpassen. Wie gesagt, man kann es ein bisschen mit mehr System machen, als ich es jetzt hier mache. Aber ich denke, wir werden so auch schon irgendwie glücklich werden. So, wenn wir einmal diese Runde haben, dann haben wir wenigstens mal einen vernünftigen Anfang. Das können wir mal schauen. Hier geht es um die Ecke und dann haben wir an der Stelle das und dann hätten wir hier eine kleine Eingangstür. Eine kleine Eingangstür, wo haben wir die? Ist das das hier? Na, schau mal. Spooky, das passt eigentlich zu Halloween. So, dann geht es da weiter. Zwei Fenster. Hier könnten wir jetzt mal versuchen, diese rote Tür zu finden. Ist das das hier? Das passt nicht ganz, oder? Da liegen ja auch noch zwei, ich weiß nicht, Kürbisse. Ach, da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Sehr gut. Also, mit dem müssen wir noch mal schauen, was wir damit machen. Das können wir hier auch noch mal schauen. Wir haben hier das. Der Baum, so. Dann würde schon das hier kommen. Sehr schön. Und ich glaube, ach, guck mal, jetzt haben wir schon mal das ganze Gelände erschlossen. Das können wir mal anfangen, ein bisschen was aufzubauen. Das würde eigentlich irgendwo hier hinpassen, oder? Ach, schau mal. Ja, cool. Ich weiß nicht, wie genau muss man den rein snappen. Aha. Das sieht auf dem Bild aus, als ob das Skelett fast über dem Zaun hängt, aber der hängt gar nicht über dem Zaun. der hängt so ein bisschen an den Gräbern. Sehr cool gemacht. Ach, schau mal, hier. Hier ist doch einer. Das ist aber fies. So. Ich bin so schlecht im Rätseln oder im Puzzeln. Ich weiß noch, früher hat man sowas öfters gemacht. Aber heutzutage, wir können uns jetzt mal den Turm anschauen. Das wäre der Turm, der hier hinkommt. Oder? Und dann kommt das Ganze so. Sehr schön. Jetzt haben wir das schon mal. Ist das vielleicht das Teil hier? Ja. Sehr gut. Jetzt fehlt uns noch das eine kleine Teil. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Das. Sehr schön. Dann können wir uns das gleich auch genauer angucken, wenn wir mal fertig sind. Das sollten wir doch auch relativ schnell finden, oder? Das war hier. Hier fehlen uns noch ein paar Zuge. Also die Särge haben war. Ah, die Laterne. Hier. Man sollte eigentlich hier diese zugeschlagenen Fenster suchen. Oder verbretterten Fenster. So, jetzt hilft es uns vielleicht das hier so ein bisschen weiter. Wenn man das dann von oben so betrachtet. Das ist echt eine schöne Hilfe. Muss man jetzt nicht unbedingt nutzen, aber ich finde es sehr gut. So. Aber da fehlen uns natürlich auch Teile. Das Grüne würde so hierhin kommen irgendwo. So, schauen wir einfach mal. die Teile können wir doch irgendwie zusammen machen, oder? Da fehlt uns dann aber auch noch was. Gar nicht so einfach. Also das Dach ist jetzt finde ich echt schwierig. Jetzt können wir mal hier schauen. das müsste eigentlich entgegengesetzt hier irgendwo natürlich überall überall stehen, aber hier fehlt ja auch noch was. Dachsachen müssen wir erst noch mal ein bisschen aufschieben. auch schön, wie das echt locker einsnapt. Das ist dann auch ein bisschen einfacher. So, das was wir hier haben, müsste das sein. Dann lasst uns mal versuchen, das von hier aus aufzubauen, so ein bisschen. Dann wird es auch glaube ich einfacher, als wenn ich jetzt hier irgendwie rumfummel. Nee, aber das kommt hier rein. Sehr schön. Dann müsste das Fenster hier ran. Langsam licht Essig licht Essig. Das müsste so hier rein. Und yes! Und jetzt stellt euch das mal vor, wenn man das mit 400 Puzzeln macht oder teilen, da zeige ich euch gleich auf jeden Fall auch mal, wie das dann aussehen würde. Aber echt cool gemacht. Also so ein wirklich schönes 3D-Puzzle. Jetzt will ich das mal probieren. Ich wusste nicht ganz genau, wie man damit umgeht. Ah, schaut mal hier. Ich hatte eben ein Puzzle, der hat das irgendwie nicht so wirklich funktioniert, aber so kann man dann auch mal so von innen reinschauen. Da steht der böse Mann. Ja, cool. Also gefällt mir richtig gut. Sieht auch cool aus. In VR. Gehen wir mal zum nächsten Puzzle über. So, das war das Spukhaus. Was sieht denn hier noch interessant aus? Eigentlich so ein bisschen, alles sieht irgendwie cool aus. So ein Eisenbahnwagen ist doch auch echt nice, oder? Verlassen, innen und außen Bereich von Menschen erschaffen. Premium Audio, ja. Na komm, machen wir da auch mal 25 von. Das sieht doch richtig cool aus, muss ich sagen. So, stellen wir die mal so nebeneinander. So, ich würde jetzt entweder man fängt am Dach an oder am Boden. Ich finde am Boden immer ein relativ guter Anhaltspunkt. Da hätten wir auch schon diese Ecke hier. dann haben wir da das Teil mit der Leiter. So. Hier sehen wir noch einen Schriftzug, dann sollte der auch passen. Okay, jetzt könnten wir auf jeden Fall was vom Dach auch nehmen, wenn wir was finden. Könnte das das Dach sein? Ja, ne? So. So, wo hat der noch ein Fenster? Auf der anderen Seite? Hat der irgendwo? Das wäre dann hier irgendwo, ne? Würde ich mal fast tippen. Okay, lassen wir das mal. Noch ein Fenster. Das sind die zwei Fenster wahrscheinlich, die man hier sieht und die man da sieht. Eingangstür. Ne, das passt nicht. Denk ich nochmal kurz weg. Hier ist nochmal ein Stück Boden. Wie gesagt, man kann so ein bisschen am Schnittmuster auch gucken oder man schaut wirklich nur über über die Teile an, wo was hinhören könnte. Das würde nicht passen. Was könnte das? Die Ecke hier sein? Ne. Okay. Lege ich auch jetzt nochmal weg. Ein Stück Boden suchen wir uns nochmal. So, jetzt schaue ich mir nochmal die Teile hier an. So wäre der ja. Hier kommt noch eine Leiter hin. Schaut mal hier. Aber das ist nicht die richtige Leiter. Also suchen wir noch ein Stück Leiter. Das könnte die sein, oder? Okay. Positioniere ich ihn erstmal hier hin. Ein Stück vom Dach. Vielleicht snappt das relativ schnell ein. Nein, natürlich nicht. Jetzt aber. So, hier haben wir noch ein Stück von der Außenseite. Also mit den Soundeffekten ist es echt cool. Das gibt einem nochmal so ein ganz anderes Feeling. Ihr könnt das Game auch im Pass-Through-Modus zocken. Das wollte ich jetzt nicht machen. Hier sieht es nämlich katastrophal aus in meinem Büro. Aber könnt ihr ohne Probleme machen. dann seht ihr halt immer eure reale Umgebung. Ist vielleicht manchmal nicht schlecht. Ah, jetzt haben wir es hier langsam. Aber ich finde es so eigentlich viel cooler, dass man hier, ja, man sieht jetzt so ein paar Wolken oder so, aber trotzdem gefällt mir das ein bisschen besser. Das könnte die Innenseite sein. Schau mal hier so. Ja, sehr schön. Jetzt habe ich gerade gedacht, dieser Sonnenwurf hier wäre hier. Da, wo das Fenster so rein scheint. Aber jetzt können wir noch so ein Bodenteil suchen. Wo könnte noch so ein Bodenteil sein? Hier. Das passt aber nicht so recht. Nein. Nein. Guck mal, das ist aber noch ein Außenteil. Wo könnte das hinkommen? Ja. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Das müsste auf der anderen Seite sein, oder? Wo das rote Brett ist. Ja. So, jetzt suchen wir noch eine rote Seite. Also, diese Seite sollte das sein, oder? Ja, das ist die beschriftete Seite. Aber die andere Seite ist auch beschriftet. Okay. Aber hier kommt noch eine Leiter irgendwo dran. Hier. Jawohl. Und dann müssten wir noch irgendwo was... So, ein Teil fehlt jetzt hier noch. Genau, jetzt sind... Wenn es überhaupt die richtige Seite ist. Weil hier ist eine offene Tür, oder kommt hier noch was rein? Na ja, egal. So. So. Ach, sehr egal. Das ist ja die gleiche Seite. Ich denke die ganze Zeit, dass das die andere Seite wäre. Okay. Das... Hier, drauf muss ich achten. Mann, Sebastian. Oh, hier fehlt ein ganz, ganz kleines Stück. Das könnt ihr hier... Nein, das ist zu groß. Also, jetzt hätte ich fast auch mal reinschauen müssen. Achso, das ist ja falsch. Ja. So. Um das so ein bisschen zu sehen, wo noch was fehlt. Jetzt sehe ich hier zum Beispiel, hier fehlt noch so ein Teil. Dann könnte ich versuchen, zu sehen, wo könnte das noch hinkommen. Also, hier kann es nicht hinkommen. Okay. Eigentlich gar nicht verkehrt. Was haben wir hier für ein Teil? Kleiner Schornstein. Den suchen wir jetzt mal auf den Bildern. Hier ist der. Kleiner Schornstein. Ne, das passt auch gar nicht. Okay. Das passt hier rein. So, jetzt haben wir noch ein Stück Boden. So. Hier kann man jetzt wieder das Ding benutzen. So. So sieht man es dann natürlich besser. Schaut mal hier. Zack. Dann haben wir den Boden schon mal komplett fertig. Jetzt haben wir noch Dachteile, die fehlen. So, der muss hier hin. So. Der muss hier hin. Wo kommt das hin? Wo kommt das hin? Das ist gar nicht so einfach. Jetzt muss ich mir echt die Lupe noch mal schnappen. Also hier fehlt was. Aber ist das auf den Bildern, dass hier so ein Loch drin ist? Wahrscheinlich nicht, oder? Also hier sieht eigentlich alles voll aus, vollständig aus. Hier halt nicht, ne? Jetzt setzen wir das da ein. So, die Lupe weg. Also seht ihr, die Lupe ist auch ziemlich wichtig, wenn man am Ende dann nicht fertig wird. Aber, also ich finde es richtig schön, richtig gut gemacht. Und jetzt zeige ich euch noch noch was Schönes. Und das mache ich dann mal ganz kurz anders, damit ihr überhaupt eine Vorstellung habt bei 400 Teilen. Wie viel das dann wäre. Die Stallungen. Machen wir mal hier. Einfache 400 gibt es auch. Machen wir mal einfache 400. Okay, dann sind die wahrscheinlich immer schon so, dass man Teile zusammenbauen kann. Vermute ich mal von dem Teil. Und dann geht es weiter. Wenn man das dann geschafft hat, geht es weiter. Würde ich jetzt mal so drauf tippen. Ich gehe es mal ganz kurz auf. Von einfache auf normale 400 Teile. Was dann passiert? Wie gesagt, ich spiele heute zum ersten Mal. Ja, okay, okay, okay. Das ist, das ist nicht schlecht. Ja Leute, hier könnt ihr ungefähr sehen, was euch erwartet, wenn ihr das auf 400 Teile macht. Und das ist schon eine Hausnummer. Und das Schöne ist natürlich, ich kann jederzeit rausgehen und mein Fortschritt, wie er so ist, wie ich, wenn man jetzt einen Fortschritt hätte, ist der gespeichert. Und ja, ich kann dann auch jederzeit wieder auf Fortschritts machen. Und ja, ihr seht, ich habe die Teile hier hingesetzt. Man kann sortieren, kann dann wieder rausgehen und das Spiel ist gespeichert. Weil ansonsten wäre es auch gar nicht möglich, wenn ich wirklich immer komplett durchspielen muss. Ja, das ist natürlich dann ziemlich schwer. Von daher ist das auch schon ziemlich cool, dass wir hier einen guten Speicherpunkt haben. Und ich finde es super, dass man sich hier wirklich seinen eigenen Schwierigkeitsgrad einstellen kann. Man kann das Spiel erstmal hier erlernen mit 25 Teilen. Ihr habt ja gerade gesehen, man muss ab und zu so ein bisschen noch überlegen. Aber es ist nicht so schwer, dass man es nicht schaffen kann. Also ich würde schon versuchen, auf 100 Teile mal zu gehen und dann mal schauen, wie gut das klappt. Das Gute ist, ihr habt ja auch noch verschiedene Profile. Wenn ihr mit mehreren Leuten im Haushalt seid, kann sich jeder ein Profil aussuchen und kann dann mit seinem eigenen Profil weiterspielen. Das ist natürlich auch von Vorteil. Ja, Leute, ich würde sagen, ich gebe jetzt mal an den Sebastian ab, der euch mal das Gewinnspiel erklärt. Ja, Leute, das war das Gameplay von Puzzling Places und ich muss sagen, mir gefällt das Spiel richtig gut. Wir haben hier ein richtig schönes, entspannendes VR-Game, muss man einfach sagen. Schöne Sound-Effekte haben wir dabei. Man fühlt sich wirklich so ein bisschen in das Puzzle hineinversetzt. Und ja, wir haben schöne Fotos, 360-Grad-Fotos oder Fotogrammetrie-Fotos, die wir uns auch anschauen können, wenn wir fertig gepuzzelt haben. Also ich finde es richtig gut. Auch super, dass man für verschiedene oder für gleiche Bilder auch immer verschiedene Schwierigkeitsgrade einstellen kann. Also, dass man 25, 50, 100 und so weiter Teile dann generieren kann, die man dann zusammensetzt. Und so wird das natürlich umso schwerer. Und ihr habt da am Ende gesehen, wenn man wirklich 400-Puzzle auf einmal macht, muss man wirklich 360-Grad dann sich anschauen. Und das kann man aber auch im Menü umstellen. Also ich habe es jetzt auf 360-Grad, weil ich das viel cooler fand, dass man sich dann auch wirklich mal im Raum dann umdrehen muss. Und ja, das kann man aber auch ausstellen, dass es, glaube ich, alles so an einer Wand ist. Aber ich finde zu Recht, dass Puzzling Places erfolgreich ist. Wir haben hier ein Spiel für 14,99 Euro und haben einige Fotos standardmäßig schon dabei. Und wenn die mal alle zu Ende gepuzzelt sind, kann man immer noch auf die DLCs gehen, um den Entwickler auch zu unterstützen. Und die bleiben auch dabei, dass diese DLCs immer wieder monatlich erscheinen. Und ja, so bleibt ein Spiel natürlich auch am Leben. Und ja, so gehen die Puzzles auch nie aus, muss man sagen. Und ich finde das echt cool, dass es auch, ja, ich sage immer, man muss nicht immer nur stupide Ballerei haben. Also solche Games sind auch mal cool, um mal komplett abzuschalten vom Alltag. Und ja, muss es auch geben und wie eben schon erwähnt, zu Recht erfolgreich. Ja, Leute, aber ich habe ja eben am Anfang erwähnt, ihr könnt das Spiel hier für die Pico 4 gewinnen. Und dazu müsst ihr einfach unter die Kommentare reinschreiben, dass ihr gewinnen möchtet. Und was habe ich als Frage jetzt an euch, was habe ich als erstes Puzzle gepuzzelt in dem Video, was ihr seht. Wie heißt das Puzzle oder das Objekt? Und das einfach auch mal reinschreiben. Und ja, Einsendeschluss ist Sonntag 15 Uhr. Und ich schaue, wenn genug Leute mitmachen beim letzten Mal, haben nur einer mitgemacht beim Gewinnspiel. Habe ich überhaupt nicht verstanden bei Indes. Und ja, ich hoffe, jetzt sind mehr dabei. Wenn mehr dabei sind, werde ich auch versuchen, Livestream zu machen, um das dann auch auszulosen. Ja, Leute, ich danke euch jetzt für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, natürlich ein Like raus. Abo-Button nicht vergessen. Ja, würde mich echt freuen, wenn ihr mich unterstützt dahingehend. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.